Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Trials Fusion, immer noch den DLC. Joa, und als nächstes haben wir hier Teufelschnabel, eine extreme Map. Aber wo wir mal extrem froh sein dürfen, dass wir durchkommen. Also ich zumindest. Ich bin ja ein Kackenhoop in dem Spiel und das ist ja alles nicht so einfach. Aber ich versuche mein Bestes. Lass ich es hinbekommen. Aber selbst die erste Stelle sieht mich schon so an, als ob ich das nicht hinbekomme. Nö, ist jetzt noch nicht. Wie weit kann ich denn hier zurückrollen? Schon ein schönes Stück. Da kann man Schwung holen. Hm, der Schwung ist ja nicht mal verkehrt. Holen wir mal so viel wie wir können. Huch, nee, so nicht. Huch. Boah, dann geht es ja doch relativ easy. Wenn man einmal einen Trick raus hat, dann geht das. Oh, komm hoch da. Oh. Ach so, da kann man... Ah, okay. Das sind gar keine Bomben. Oh. Nee. Nicht schon wieder so ein Ding. Da habe ich böse Erinnerungen dran an so was. Da kriege ich immer noch Albträume von. Aber da komme ich rüber. Die Spalte war dann doch noch nicht so hoch. Aber das ist ja auch mal eine fiese Matente hier. Und das Ruckeln hört einfach nicht auf. Nee, nee, nee. Richtig ekelhaft. Muss man denn sowas verstehen, dass das Ruckeln tut. Ach, komm. So, ich will doch nur über das zweite Ruckel auch noch kommen. Huch. Und dann fliege ich einfach mal über das erste. Ist klar. So, so geht es auch. Dann machen wir das halt so, wenn wir das so machen können. So. Erstmal den Checkpoint mitnehmen. Da ist eine Leiter für mehr Grip. Aber bringen tut mir das jetzt auch nicht viel. Oh, nee. So. Ja, ins Loch reingefallen. So, jetzt bin ich rum. Oh, ich bin so... Nein! Und dann... Kein Checkpoint. Ist es mies hier. So, komm. So. Bleib oben. Bleibst du oben? Wow. Wow. Nimm! Ich war doch über den Checkpoint hinweg. Will mich dieses Spiel hier verkarren. Kackeiern. Das darf doch nicht sein. Nö. Oh, Mensch. Ich komm da einfach nicht hoch. Das mag mich nicht. So, jetzt haben wir den Checkpoint. Ist ja guti. Nee, da bin ich zu weit weg. Für einen Ninja-Trick. Huch. Ja, wenn es dann auf einmal aufwärts geht. Ist dann nicht so prall. Huch. Nein. Ich hätte mich in die Kanne hagen müssen. So. So stellt man sich wieder hin. So. Jetzt komm ich da aber nicht hoch. Weil ich hier so blöde verkeilt bin. So. Durch. Oder auch nicht. So. Komm schon. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich will immer noch da hoch. Nee. Lässt mich nicht. Ich will da dran lehnen bleiben. Ist denn das zu viel verlangt? Oh, fuck. So, nochmal auf Neues. Nee. Nee. Das gibt es ja nicht. Oh, ich will doch da nur hoch. Erstmal dran lehnen bleiben. Dann kann man ja irgendwie gemütlich hochfahren. Aber das Geruckel, das nervt mich so viel. Alter, bleib doch endlich mal an dem Ding dran. Mann. Der will hier nicht. Der macht hier Arbeitsverweigerung. Aber übelst. So, komm schon. Ich will doch nur da hoch. Alter, jedes Mal, wenn man das Gas loslässt, kippt der... Zu stark hier rum. Das gibt es nicht. Wer kriegt denn das mit Schwung hin, bitte? Ich sicherlich nicht. Nee, ich komm da nicht hoch. Nee, immer noch nicht. Ich glaub, so komm ich da nicht hoch. Hab ich irgendwie das dumpfe Gefühl, dass es irgendwie anders laufen muss. Nur ich krieg's nicht hin. So, ein Stück mehr. Wenn ich ein Stück mehr hier hochkommen würde, wär ich glücklich. Aber ich komm da nicht hoch. Das ist so kacke. Mensch, ich will doch nur hier hoch. So. Nee, nee, nee. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Schön verkackt. So. Konzentration. Mein junger Padawan. Das dürfte doch irgendwann funktionieren. Hoffe ich einfach mal stark drauf. Aber bis jetzt feile ich erstmal hart. Und härter. BSC Berlin. Oh, Mensch. Nee, nee, nee. Das wird so nix. Da kann ich doch gleich die Flinne ins Korn werfen. Die extremen Maps haben immer irgendwas an sich, wo ich dann einfach nicht weiterkomme. Und ich seh da auch gar keine Verbesserung. Echt nicht. Mit langsam funktioniert's irgendwie nicht, weil ich da nicht hochkomme. Naja. Ich sag da mal, Strecke verlassen. Muss ja einfach mal. Weil das einfach so nicht geht. Technikparcours. Absorbiere die Strecke und erhalte Bronze. Okay. Was muss ich in dieser Technikparcours-Strecke machen? Die mach ich jetzt einfach mal. In Gottes Namen. Das dürfte schon irgendwie machbar sein. Wie weit kommst du in der Zeit? Okay. Man muss versuchen, so weit wie möglich zu kommen, wie ich hier Zeit habe. Ach so. Der Baum legt sich um. Schön zu wissen. Ah, das fällt hier auch um. Ziemlich bewegreiche Map. Nicht crashen. Ah, ne Bombe. Hm. Naja. Wiederholen bitte. Na, dann crashe ich hier. Na, vielleicht schaffe ich ja doch Gold. So. Man weiß es ja nicht. Vielleicht komme ich ja doch weit genug. Wenn ich die Bombe nicht jedes Mal berühren würde. Boah. Der bewegende Baumstamm ist schon, äh, ne Schwierigkeit. Aber krieg mal auch hin. So. Und wenn ich einfach nur hier rüber hüpfe, dann läuft es, glaube ich, schon mal besser. Das ist schon wieder so ein, boah, boing, flip. So, so ein Technikparcours, den man irgendwie schaffen will. Weil der irgendwas hat. Aber ich weiß auch nicht, wieso. weil sich irgendwie so viel bewegt. Oh, Gold. Geil. Ich habe Gold geschafft. Yay. Ich freue mich voll. Nee. Ist ja cool. Ich bin echt weit gekommen. Boah. Distanz 220 Meter. Das wäre natürlich einiges. Oh, ich habe 4.000 Dollar verdient. So, FMX und, äh, die extreme Map, die mögen mich mal wieder nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich glaube, ähm, nächstes Mal mache ich wieder ein paar User erstellte Map, wenn ich noch ein paar Folgen brauche, bis LittleBigPlanet 2. Wenn nicht, dann kommt halt LittleBigPlanet 2. Das werden wir mal sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Ciao, ciao.